Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Jubiläumsjahr präsentiert sich das Festtagsangebot von Gubb noch umfangreicher und attraktiver als bisher. Neben den traditionellen Gubb-Quick-Spezialitäten, die im eigenen Saft vorgekocht worden sind und die man nach einer Stunde ziehen im heissen Wasser nur noch aufschneiden und tranchieren, bekommen Sie bei Gubb auch ein umfassendes Frischprodukte-Angebot. Fleisch, Flügel, knackiges Gemüse. Oder der geräucherte Atlantische Rauchlachs aus Norwegen. Lassen Sie sich eine abwechslungsreiche Käseplatte zusammenstellen. Oder überraschen Sie Ihre Gäste mit einem tropischen Traumdessert. Zum feinen Gubb-Kaffee empfehlen wir Ihnen etwas Süsses vom Arnig Confisseur oder ein traditionelles Weihnachtsgebäck aus der Backstube des Gubb-Bäckermeisters. Weil aber nicht jeder Tag ein Festtag ist, zeigt Ihnen unsere Studioküche jetzt noch ein ganz normales, aber trotzdem nicht weniger empfehlenswertes Alltagsrezept. Grüezi miteinander. Die Teigwaren sind zu Unrecht als Dickmacher bekannt. Sie enthalten nämlich wenig Fett, dafür pflanzliches Eiweiss und vor allem Kohlenhydrat. Noch besser für eine gesunde Ernährung sind natürlich die Vollkorn-Teigwaren, die man bei Coop bekommt. Die drin enthaltenen Nahrungsfasern beeinflussen ja bekanntlich die Verdauung günstig. Zu diesen Vollkorn-Spaghetti möchte ich Ihnen heute eine ganz ungewöhnliche Spinatsauce vorschlagen. Fein gehackte Knoblauch und Zwiebeln habe ich im Olivenöl kurz angedünchtet, Spinat dazugegeben und erhitzt. Jetzt Saint-Moré-Léger darin mischen und mit Pfeffer, Salz und Muskat würzen. In der Zwischenzeit sollten auch die Spaghetti so weit sein. Wenn das der Fall ist, kann man sie abtropfen, anrichten und die Soße darüber verteilen. Statt dem üblichen Käse können Sie die Spaghetti auch einmal mit gehackten Mandeln bestreuen und ein Rüeblisalat als Beilage setzt noch farbliche Akzente für die Augen. Und jetzt möchte ich Ihnen noch ein ganz spezielles Kochbuch vorstellen. Die 100 besten Rezepte aus dem Coop Mittwochstudio. Sie können es jetzt zu einem einmalig günstigen Preis in jedem Coop laden als weitere Jubiläumsleistung kaufen. Es hat, solange es hat. Für eine gemütliche Einladung offeriert Ihnen Coop den tollen Raclo-Grill von Satrap 30 Fr. günstiger für nur 59 Fr. Ein Becher operisierter Halbramm überkommen Sie für nur 1,75 Fr. Und jede Dose mondial Ananas, Pfirsich, Cocktailfrüchte oder Birre ist jetzt 50 Rappen günstiger. 567 g Mondial Ananas z.B. kostet nur 1,20 Fr. 4 l Happy Day Orangensaft überkommen Sie bei Coop für nur 3,90 Fr. Und das Kilo Bananen für nur 1,50 Fr. Und das ist das Coop Jubiläumsangebot. 3 kg Ariel Ultra, 6 Fr. günstiger für nur 13,50 Fr. Das war es für heute. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Vorbereitung fürs Festessen und noch weiterhin einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. God Austral.